Wir fliegen jetzt los. Wir danken uns für ihr auch. Wir sind jetzt im Atlasgebirge. Es ist schweinekalt geworden. Wir haben gesehen, der Turcal ist mit Wolken und rundet. Wir hoffen, das Wetter wird besser und wir können übermorgen hoch. Das ist nicht nur für die Experten. Nein, das ist nicht nur für die Experten. Das ist nicht nur für die Experten. Meine Freunde haben ihre Krampen gelegt. Und ein Eis-Axis. Die Wetter sieht gut. Das ist gut. People are very much into mountains up here. Und everything is looking fine. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Also hier in Marokko hat man schon autonomes Fahren von Maultieren. Durchaus ein System, das man in Deutschland übernehmen kann. Entfernungssensoren, alles vorhanden. Hohe Transportkapazität und umweltfreundlich. 10 von 10 Punkten. Oh, und kann selbstständig tanken gehen. Wir befinden uns gerade auf 2.490 Meter Höhe. Das bedeutet, wir sind nur noch etwa 1.500 Meter vom Gipfel entfernt. Es hat gerade angefangen zu schneiden. Mo ist schon da. Und wir sind so happy. Endlich nicht mehr wandern zu müssen. Freut mich ja noch rein. Der ist da hinten irgendwo. Ja. Draußen schneiden, strömen. Es ist jetzt ungefähr halb 10 Uhr abends. Ja, wir begeben uns jetzt schon ins Bett, weil morgen früh klingt um 3.10 Uhr der Wecker. Dass wir nur noch 7 Uhr oben auf dem Tupkal den Sonnenaufgang erleben. Ich glaub so. Ja. Alter, noch 100 Meter oder so. Da haben wir die Strapazen endlich hinter uns. D Ja such! ... ... ... ... Ich werde meinen Mann Growl and siten. Ache. So, wir machen jetzt hier die letzten Meter auf unserem Rückweg nach Indy. Wir sind seit 3 Uhr auf den Beinen und wir haben jetzt 18 Uhr. Wir sind insgesamt 20 Kilometer gelaufen, 1000 Höhenmeter, 2500 Tiefenmeter. Das spürt man. Das ist richtig cool. Können hinten rein. Haben wir vorhin nicht gesagt, es war ein gutes Video. Okay. 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 Also folgendes, wir sind jetzt hier in Medina in Esauira und ich habe mir gerade überlegt, ob ich mir einen Crepfen kaufen soll. Dann ist mir aber eingefallen, dass Konrad in Essen ja sowieso nie selbst ist, dass er sich bestellt. Das heißt, ich habe einen Spechenkrepp mit Nutella für Laura. Also... Look at me now. Mahade! Mandeln zu mal! Keiner!! Natürlich! Ich lief relativ locker. Ich bin ehrlich, wenn wir Geschmous inной Trip! für dich! Zu reputationz whichever. Nein! Inche zu tun! Sorry bei mir das war nichts, oder? wäre mir sehr gut. Ich lief ziemlich. Für dich wirklich! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.